Ich habe mir ja auch Outfit mäßig was überlegt, ne? Und da habe ich mir gedacht, ich tue ein bisschen, ne? Weil man da schon vor so vielen Leuten und bei dem großartigen Hafen und Meer, jetzt ist ja alles so großartig, dass ihr da mitten, wisst ihr, also so toll mitten in der Natur, das ist ja für mich das schönste, gell? Da habe ich mir gedacht, jetzt zeige ich mich da ein bisschen so an wie die Überbringerin, ne? Der guten Nachrichten. Und was mir halt wichtig ist, ist, dass wir ein bisschen auf die Erde aufpassen sollten. Ich meine, die gibt uns so viel, wann die hier ist. Ich meine, da können wir jetzt dann nichts mehr machen, ne? Darum wäre es irgendwie schön, wenn wir da aufpassen auf unsere Wurzeln. Mir fallen ja auch immer viel ein. Also ich habe ja wirklich tausende Gedanken. Ich kenne ja wirklich, also wirklich viel. Also mir fällt dauernd was ein und ich habe dann immer so, ich bin dann so nervös, ja? Und ich habe so viele Ideen, ja? Und das ist halt der Jammer, weil mein Körper macht da nicht mit. Also alles, was ich im Kopf habe, das geht urschnell, ne? Und das geht wirklich urschnell und irgendwann einmal mein ganzes Leben war irgendwie so voll schnell und ich weiß überhaupt nicht, was, warum und wieso. Und jetzt weiß ich es. Dann bin ich zum Arzt gegangen und er hat gesagt, ja, sie haben heute ADHS. Und das hat für mich sehr viel erklärt. Und ich bin seitdem nicht, also nicht ruhig. Also kann man jetzt so nicht sagen, nicht? Aber ich habe eine Erklärung dafür und auch wenn Sie jetzt zum Beispiel Kinder habt, die ein bisschen aktiver sind, aus denen kann was werden. Und habt ihr die lieb und gebt denen viel Liebe, weil die brauchen das, weil die sind immer so aktiv und die werden halt eh auch, ja, so. Das ist immer so anstrengend. Ja, ist halt so, ne? Aber die können, ne? Viel anstrengende andere gibt es. Aber da gibt es so ein Lied, das haben wir jetzt geschrieben, also der David, bitte sehr. Und das beschreibt irgendwie meinen Zustand davor, wie der war, jetzt ja nicht mehr. Sehr viel ruhiger. Ich höre auch voller Stress, weil ich wieder mal weiß, dass ich ganz vergesse auf den ganzen Scheiß. Wenn ich halt machen wollt und Lektion machen sollt, ich komm halt nie dazu, weil ich hab ne A.U. Und wieder mal hab ich versagt. Der Plan von heute wurde wieder vertagt. Innen drin mach ich auch selbstbewusst. Doch in mir steigt der Megafloh. In meinen Kopf, free, yeah. Ich mach alles auf einmal. A.D.H.R. Was soll's? Einmal ist keinmal. Ich steig aufs Gas. Das ist die Rucht nach Bord. Und manchmal bin ich brenn hart vor. Lauter Zock. Und dann steig ich aufs Pferd. Und ich reit in alle Richtungen davon. Himmel hochjauchten, zu Tode betrübt. Brauch grad mich ruhig zu halten. Hab das lange geübt. Wollte mein Leben gestalten. Wie's mir gefällt. Ja, dann mach ich mich halt. Zu meinem Argen. Jetzt steh ich auf der Bühne und sing euch an. Ich bin stark und stolz. Das ist das, was ich kann. Meinen Film mach ich auch selbstbewusst. Doch in mir steigt der Megafloh. In meinen Kopf, free, yeah. Ich mach alles auf einmal. A.D.H.R. Was soll's? Einmal ist keinmal. Ich steig aufs Gas. Das ist die Flucht nach Bord. Und manchmal bin ich brenn hart vor. Lauter Zock. Free Jazz. Ich mach alles auf einmal. A.D.H.R. Was soll's? Einmal ist keinmal. Ich steig aufs Gas. Das ist die Flucht nach Bord. Und manchmal bin ich brenn hart vor. Lauter Zock. Und dann steig ich aufs Pferd. Und reif in alle Richtungen davon. In meinen Kopf, free, yeah. Wie geht's euch? Ich steig aufs Gas. In meinen Kopf, free, yeah. Alles auf einmal. A.D.H.R. Was soll's? Einmal ist keinmal. Ich steig aufs Gas. Das ist die Flucht nach Bord. Bin ich brenn hart vor. Lauter Zock. Free Jazz. Alles auf einmal. A.D.H.R. Was soll's? Einmal ist keinmal. Ich steig aufs Gas. Flucht nach vorn. Brenn hart. Lauter Zorn. Und dann kann's schon manchmal vorkommen, dass ich aufs Pferd steig. Und dann alle Richtungen davon reiht. засchöpft. Vielen Dank.